Also, herzlich willkommen zu diesem neuen Bonuskiste-Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, sieben KI-Tools, mit denen du sofort dein KI-Business starten kannst. Ich bin ja in einigen Videos schon darauf eingegangen, dass du mit künstlicher Intelligenz Freelancer-Dienstleistungen, die beispielsweise auf Fiverr und Upwork und so weiter verkauft werden, ganz einfach erstellen lassen kannst, innerhalb von wenigen Sekunden. Und diese gewinnbringend über eben diese Plattformen weiterverkaufen kannst. Ich möchte hier aber in dem Video Tools zeigen, die ich nutze, um verschiedene Dienstleistungen anzubieten und diese dann eben auf diesen Plattformen zu verkaufen. Fiverr und so weiter muss ich, denke ich, nicht erklären. Darauf gehe ich in dem Video nicht ein. Ich zeige dir jetzt direkt, welche Dienstleistungen du da verkaufen kannst, mit welchen Tools. Let's go! Also, eines der ersten Tools, die du hier nutzen kannst, wo du beispielsweise künstliche Intelligenz, Copywriting, Grafikdesign, Videoediting und so weiter machen kannst, siehst du bereits hier auf der Webseite, Simplified. Du siehst hier schon, ich habe hier ein Grafikdesign-Tool, einen künstlichen Intelligenz-Writer, das heißt, ich kann hier Texte erstellen, kann diese vereinfachen, kann beispielsweise ein YouTube-Skript nehmen und dieses in einen Blogbeitrag umwandeln mit einem Klick, einen Videoeditor, Social-Media-Management. All das kann ich hier mit Simplified machen. Ich kann hier Online-Ads erstellen, ich kann hier verschiedene Newsletter-Pop-Ups machen, Invoices, also solche Templates im Grunde nutzen, Instagram-Real-Templates und all das habe ich hier drinnen. Simplified kannst du für extrem viele Sachen im Social-Media-Bereich und im Schreibe-Bereich, im Copywriting-Bereich verwenden, nimmt dir extrem viel Arbeit ab und alleine mit dem Tool kannst du 20 Gigs auf Fiverr listen und diese verkaufen oder auf Upwork oder anderen Freelancer-Plattformen. Extrem geiles Tool, schau dir das auf jeden Fall an. Ich gehe hier jetzt nicht genauer darauf ein, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Da wird das Video dann drei Stunden lang dauern, wenn ich dir hier zeige, was man alles mit dem Tool machen kann. Du siehst hier bereits Content-Rewriter, das heißt, du kannst einen fertigen Text reinposten, wenn du beispielsweise den Auftrag bekommst, für ein bestimmtes Thema einen Blog-Artikel zu schreiben, nimmst du einen ähnlichen Blog-Artikel, gibst den in den Content-Rewriter, der ist dann trotzdem kein Plagiat, der wird nicht als Plagiat erkannt und Simplified macht die komplette Arbeit für dich und innerhalb von zwei, drei Klicks hast du dann einen kompletten Blog-Beitrag zu einem bestimmten Thema. Einen Long-Form-Writer hast du drinnen, du kannst eine Firmenbiografie erstellen und so weiter. Das ist das erste Tool, das ich dir auf jeden Fall ans Herz legen würde. Verwende ich fast jeden Tag Simplified. Ein weiteres Tool, das extrem interessant ist und zwar für das Verfassen eines Lebenslaufes bzw. für das Erstellen eines Lebenslaufes, der dann auch gut aussieht. Kannst du mit KickResume machen und auch diese Dienstleistung lässt sich auf Freelancer-Portalen verkaufen. Du kannst es einfach mal eingeben, Resume, Creation und so weiter, findest du auf Upwork, findest du auf Fiverr. Man wird dafür bezahlt und wir nutzen ganz einfach den KI-Lebenslauf-Generator, um diesen sozusagen automatisch erstellen zu lassen. Kannst du auch verwenden, wenn du mal selbst einen Lebenslauf brauchst. Im Grunde stellt dir der verschiedene Fragen und dann bekommst du verschiedene Vorlagen, die du nutzen kannst. Wir können uns hier jetzt einfach einen Beispiel-Lebenslauf ansehen. So wird der dann richtig formatiert, sieht schön aus und hast du innerhalb von wenigen Sekunden erstellt und kannst das Ding verkaufen. KickResume kann ich dir da auf jeden Fall empfehlen. Ein weiteres KI-Tool, das ich sehr gerne nutze, Magic Studio. Wie du hier bereits siehst, du kannst hier Produktfotos in wenigen Minuten erstellen. Auch dafür wird man auf Freelancer-Portalen bezahlt. Man kann hier Profilbilder erstellen. Kennst du wahrscheinlich von der ein oder anderen App wie Lenser. Kannst hier Bilder mit Worten machen, also im Grunde wie mit Journey dazu kommen wir aber noch. Kannst Hintergründe löschen, kannst einzelne Objekte aus Bildern rauslöschen, kannst den Hintergrund entfernen, kannst ein Bild vergrößern. Aber auch dies sind Tools. Klar, das Hintergrundbild entfernen und so weiter, das wird jetzt nicht so relevant sein. Aber beispielsweise hier der Magic Eraser, das ist ein Skill, für den auf Freelancer-Portalen gut bezahlt wird. Diese Profilbilder mit AI zu erstellen lassen, das kannst du auch machen. Oder ganz einfach die Produktfotos zu erstellen, das geht mit Magic Studio schnell und einfach. Das nächste Tool, das ich dir vorstellen möchte, nennt sich AirOps. Und das ist nur relevant für dich, wenn du dich eben mit Programmierung auskennst. In diesem Fall lässt dich das SQL-Curies zehnmal schneller fixen. Wenn du nicht weißt, was das heißt, dann ist das Tool auch nichts für dich. Das sind einzelne Programmierarbeiten, die du einfach mit diesem Tool extrem schnell erledigen kannst. Und da gibt es eine Chrome-Extension dafür, das kannst du dann direkt im Browser nutzen. Wenn du im Bereich Programmieren tätig bist, schau dir das auf jeden Fall an, AirOps. Dann ein nächstes Tool, extrem geil, das habe ich erst vor einer Woche entdeckt. Kodi. Ein sogenannter Assistent für dein Business. Was kann Kodi? Wie du hier bereits siehst, Kodi kann im Grunde, je nachdem, was dein Business genau ist, was du genau machst, kann es dir als Sekretär dienen, kann man sagen. Also, es kann beispielsweise dein Team unterstützen, es kann teilweise E-Mails beantworten, kann manche Prozesse verbessern und kann dir ganz einfach ganz viel Arbeit abnehmen, das sonst nur ein Mitarbeiter könnte. Also einmal kannst du ganz klar jegliche Fragen an Kodi stellen, das ist jetzt nichts Besonderes, können wir mit ChatGBT auch. Wir können jegliches Dokument uploaden und eben eine sogenannte Knowledge Base kreieren. Also, wenn du beispielsweise für dein Business PowerPoint-Präsentationen erstellt hast, irgendwelche Dokumente erstellt hast und so weiter, das gibst du einfach Kodi, der lernt daraus und lernt dann über dein Business. Diese kannst du dann beispielsweise deinen Kunden, also dieses Wissen kannst du deinen Kunden zur Verfügung stellen und wenn die eine bestimmte spezielle Frage haben, wird Kodi diese beantworten, weil es ja all deine Dokumente im Grunde gelesen hat. Dann bekommst du hier zusätzlich zu den Antworten, die Kodi liefert, eben auch direkt die Quellenangabe. Du kannst deine Mitarbeitereffizienz verbessern, weil du Kodi deinen Mitarbeitern auch zur Verfügung stellen kannst. Du kannst Kodi nutzen, um Aufgaben schneller zu erledigen, kannst E-Mails von Kodi schreiben lassen, kannst Sachen direkt übersetzen lassen, kannst Marketing-Materialien erstellen, Instagram-Posts erstellen und so weiter und kannst zusätzlich das Ding als technischen Support für dich verwenden. Also, du siehst ja, das kann mehrere Mitarbeiter beispielsweise in einem Unternehmen ersetzen. Hier ist das Beispiel, wenn beispielsweise mal Zoom nicht funktioniert oder irgendwas, kannst du Kodi direkt fragen, warum wird mir kein Bild bei Zoom angezeigt? Und es wird dir direkt die Antwort geben und natürlich Brainstorming, das kann Kodi hier auch noch. Auch ein extrem interessantes Tool, das dir einfach deine Arbeit abnimmt oder vielleicht sogar einen Mitarbeiter ersparen kann in weiterer Folge. Dann ganz klar eines meiner Lieblingstools, Midjourney. Ich bin ja hier bereits in einem der letzten Videos darauf eingegangen. Check dazu einfach den Bonuskiste-Kanal ab. Lass ein Abo da, wenn dir solche Videos gefallen. Midjourney kann dir mit Textbefehlen Bilder kreieren. Diese Bilder kann man beispielsweise verkaufen. Teilweise wird man auch für die Erstellung von KI-generierten Bildern bezahlt. Man kann T-Shirts damit bedrucken, man kann Tasten damit bedrucken, man kann diese verkaufen. Da gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Und ja, Midjourney, check das Ding auf jeden Fall aus. Bin ich in einem der letzten Videos schon darauf eingegangen. Dann haben wir hier nochmal ein spezielles Tool, Descript. Finde ich extrem geil, weil das wirklich ein Problem löst. Und auch damit lässt sich Geld verdienen, auch wenn du keinen eigenen Podcast hast. Descript funktioniert nämlich so, dass du im Grunde ein Podcast-Tool hast, das dir das Aufnehmen von Podcasts extrem erleichtert. Und nicht nur das, nicht nur das Aufnehmen von Podcasts, auch das Editieren, das Transkribieren, das Teilen von Videos. Du kannst hier im Grunde Videos bearbeiten in Descript. Es erkennt direkt, was du gesagt hast. Und basierend auf dem, was du gerade im Podcast beispielsweise sagst oder in einem Video, wenn du ein YouTube-Video machen willst, basierend auf dem wird ein passendes Stock-Video im Hintergrund dazu hinterlegt. Das heißt, wenn hier dieser Text vorgelesen wird, ist das Hintergrundbild. Wenn dieser Text vorgelesen wird, kommt links das Hintergrundbild. Wenn dieser Text vorgelesen wird, kommt das Hintergrundbild. Und somit hast du ja alles in einem. Das ist direkt transkribiert. Du hast direkt ein passendes Video im Hintergrund. Brauchst da niemanden dafür zahlen, dass der da passende Stock-Videos reinschneidet. Dann hast du hier nochmal, und das ist extrem geil, das eigene Podcast-Tool hier im Bereich Podcasting. Und da ist es so, du bekommst dir direkt das Skript, was du im Podcast gesagt hast und kannst das ändern. Das heißt, wenn du einen Fehler machst und etwas anderes gesagt hast, als du eigentlich sagen wolltest, kannst du im Grunde den Text umschreiben. Die künstliche Intelligenz klont deine Stimme und versucht es möglichst realitätsgetreu zu verbessern. Und das ist extrem krank. Also da kannst du sogar irgendwelche Sprachfehler, wie du zum Beispiel hier siehst, da hat jemand Chicken statt Biscuits gesagt. Das kannst du markieren, rauslöschen, umschreiben und dann einfach überschreiben lassen mit deiner eigenen Stimme, die von der künstlichen Intelligenz kreiert wurde. Also ich denke, das ist ja schon, was hier für krasse Sachen alles möglich sind. Das ist nur eines der Features, die du mit Descript hast. Schau dir das Ganze auf jeden Fall an. Alleine hier hast du fünf verschiedene Sachen, die du auf Freelancer-Portalen beispielsweise verkaufen kannst und damit Geld verdienen kannst, wenn du einen eigenen Podcast hast, wenn du einen YouTube-Channel hast. Ganz egal, das kannst du auf jeden Fall nutzen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Für mehr solcher Videos schau auf meinem Kanal vorbei, Bonuskiste. Da findest du immer wieder verschiedene Strategien, wo ich dir zeige, wie ich online Geld verdiene, wie ich das Ganze mit künstlichen Intelligenztools mache. Zusätzlich findest du den Link zu meiner Telegram-Gruppe, wo ich aktuelle Strategien, Tools und so weiter einfach reinposte. Ich zeige dir da auch, was ich verdiene, mit welchen Tools und so weiter. Unter dem Video, bonuskiste.com slash Telegram. Lass mir auch gerne ein Abo auf meinem Channel da. Damit zeigst du mir, dass du solche Videos feierst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Ciao.